Ja, hey Leute, Mr. Semtex hier. Sorry einmal, dass jetzt so lange kein Video kam, deswegen gibt es heute einfach mal zwei. Einmal dieses kleine Special und einmal dann noch, ähm, sitze ich gerade noch an einem Commentary für euch. Das hier ist ein IMS Triple Kill, den wollte ich euch mal eben schnell zeigen. Hier habe ich mein IMS aufgestellt, habe mir eigentlich nicht großartig was dadurch erhofft. Und hier laufe ich gerade nochmal den Weg lang, sehe da einen Gegner, wollte mir gerade wegholen und dann, zack, hat mein IMS das schon erledigt. So, einfach nur mal so als kleinen Special Clip für euch. Wie gesagt, am Video sitze ich gerade, das kriegt ihr gleich noch zu sehen. Ich hoffe, ihr habt daran auch so ein bisschen Spaß gehabt. Bis denn, euer Mr. Semtex.